Hallihallo und herzlich willkommen in so einer neuen Runde Castle Clash. Ja, wie ihr seht, habe ich wieder einige Jams zusammengespart. Und ja, um gleich den Verdacht hier auszuschließen, dass jemand meint, ich würde dauernd Jams kaufen, hier, ja, dieses Feld verschwindet, oder kommt halt ein Häkchen, ich glaube, ja, so wie hier, kommt dann so ein Häkchen, dass man ein Juwelien gekauft hat, und hier auch, und da auch, das wären dann hier beide, wären andere Quests, und die hier verschwindet dann einfach. Und ja, ist länger her, eigentlich wollte ich schon vor einer Weile dieses Video machen, aber mir hat die Zeit gefehlt, und deswegen machen wir es heute. So, jetzt erstmal kurz gucken, machen wir noch ein bisschen Inventar leer. Wie viel Platz haben wir denn jetzt eigentlich noch? Wir haben noch 29 Platz, ja. Dann fangen wir einfach mal an, drauf loszuholen, und schauen mal, ob wir was Gescheites kriegen. Machen wir also mal ein bisschen mischen. Sukubus, oh Gott, ich dachte jetzt, Champion, nein. Ah, Mann. Center Boom, jawohl. Oh, geil. Diesmal läuft's ganz gut. Okay, dann aktivieren wir mal erstmal ein paar Helden-Slots und machen wieder ein bisschen Platz. Ähm, wo sind sie da? Oh, geil. Jetzt schon mal drei halbwegs gescheite Legenden. Ich glaub, ähm, wo ist es da? Ist der Heldenalter? Ja, ich bin mir nicht sicher, wir gehen jetzt gerade zu Center Boom und opfern bei dem ein paar Sachen, dann können wir dem nämlich die Fähigkeit gleich schon mal verbessern. Ah, geil. Das, das macht schon mal gute Laune. Okay, hier. Jetzt müssen wir wieder rollen. Und die Hälfte der Edelsteine ist schon weg. Oh, ich hoffe, wir kriegen jetzt noch Dollar-Champion, äh, die kriegen wir jetzt noch was gescheitert. Er ist, jawohl. Oh, geil. Schnitter, ja. Nice. Oh, leider nichts mit ganz zum Schuss bekommen, aber richtig nice. So, ja, das ist die Ausbeute. Die Areas ist richtig geil. Dann hab ich bei meinem Haupt-Account, hab ich den ziemlich am Anfang gerollt. Alter Schwede, das war so lack. Ich dachte zwar anfangs, es wäre ein schlechter Held, weil der ja bei den Legenden, wo man ja hier gucken kann, wenn man jetzt zum Beispiel mit Splitter irgendwelche Helden kaufen möchte, war der nie da. Hab ich gedacht, hey, was ist das jetzt für ein Held? Und ja, aber in Wirklichkeit kann man den halt nicht so kaufen, sondern nur Roll. Und ja, die Ausbeute ist die. Wir haben jetzt diese fünf Legenden. Mal schauen. Ja, einen Succubus hatten wir schon mal. Und der Rest ist alles neu. Also wir haben vier neue Helden bekommen. Und ja, das ist richtig nice. Und ja, das waren jetzt 8400 Champs, glaube ich. Und ja, das war's dann mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Ciao, bis zum nächsten Mal.